Ich freu ja wohl nicht wahr sein, ich freu ja nicht angehe. Mensch, jetzt geh doch jetzt schon mal weg da rein. Pasi, geh mal weg. Bitte. Pascal. Ah, du Fotze. Ich freu ja wohl nicht wahr sein, ich geh doch an. Alter, verpiss dich. Mensch, jetzt geh doch jetzt noch den Arsch. Ich freu ja nicht wahr sein, ich geh doch an. Ich hab' nicht mehr genommen Schieße, Mensch. Ist kein Leid. Mensch, ich kenn doch, ich mach doch einen Knall. Wie im Krieg, du. Ich kriege doch einen Fensterkommelang da. Hä? Und du, was machst du denn? Tust du mich aufnehmen? Kein Kauern-Polizei? Und hier, was machen wir für den ganzen Tag? Ich bin in der Büro. Wer asoziale Wiktor war? Asoziale Angepaktor. Kein Kauern-Polizei? Nehmt euch mal ein Beispiel, und trinkt mal ein Haar, so, jetzt trinkt ihr euch ein Pinnobier an. Und du lachst nicht zu blöd, weißt du? Machst du da ein wenig? Kann ich die Uhrzeit ablesen? Nein, nein, nein. Hey, ich freu mich. Ich freu mich. Ich freu mich. Machst du da noch mal klippchen lassen. Voll noch Bullshit hier. Auch nicht, was ich wollte. Mensch, wenn du kennst euch. Da fliegt der Flieger noch. In Schoß, eigentlich. Ha, ziehst du dich hier? Einfach aufmachen, zack. Legst du da noch ein Eier? Mensch, wenn du kennst euch nicht, wenn du da noch ein Bordel so rüberkommst. Ich weiß nicht, ob du da noch mit war oder mit war, also, wenn du da noch ein Eier, ach, ich freu mich nicht nach Hause, aber jetzt rief hier auch alles näher. Über die Hand abgeben. Ach, komm, ey. Ich rief mich. Ich rief mich. Ich rief mich. Ist noch nützlich. Ich rief mich nicht. Ich rief mich nicht. Schau, ich rief mich nicht. Guckst du, alter Busser. Ich rief mich nicht. Und du, du riefst mich nicht. Nee, ich rief mich nicht. Entweder tut sich noch ein Peterste inne. Ja, man kann auch das nicht informieren. Du, du bistЕinbar bei der Kettenteil. Dann muss ich jetzt raus... some kindle da ja So viel dreide miteinander, du will es sicher gar nicht Ja, machen wir mal den Hürtest... Es ist lustig, aber...